yo leute was geht ab herzlich willkommen wieder zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben den elften krieg der saison und bevor wir zum krieg zum eigentlichen krieg kommen habe ich kurz pausiert ihr seht hier wir sind platz 10 von meister insgesamt also von platz 20 meister sprich wenn wir diesen krieg verlieren sind wir raus aus meister genau also erst mal die bands noch schnell gewandt wurden bishop kuschala und white magneto und wir spielen hier gegen eine asiatische allianz old driver wo sogar ein paar leute sind die ich noch kenne von früher von jd sessens unter anderem burgers und ryan leo waren in meiner ke damals in meiner bg grüße an die auf jeden fall wobei die das wahrscheinlich eh nicht sehen werden ich habe die im chat gegrüßt auf jeden fall ja zwei alte bodies vor allem der burg ist damals war glaube ich auch auf die haben zusammen auf sie gemacht auf die arbeiten naja auf jeden fall aber das ist schon etwas her zwei jahre mittlerweile erst danach zu tcn glaube ich und jetzt mittlerweile ist er halb im ruhestand wobei ich gesehen habe er das letzte bg season top 10 oder so geschafft oder war auf jeden fall lange immer im top 10 bereich also respekt dass er da mal wieder durchgezogen hat immer wieder motivation hatte ich habe auch ein bisschen mehr motivation gehabt diese season aber das werde ich wahrscheinlich in einem separaten video noch mal mit ak season sowie bg season zeigen denn ich habe zuletzt 5 mal wieder gemacht diese bg season und ja naja jetzt kommen wir zum eigentlichen ak und ich muss kurz noch mal hier zurückspulen und mein team mal kurz zeigen weil das team ist einfach nur sexy maxi hier äh wir haben nämlich colossus mit omega red und juggernaut und diese dieses trio ist einfach op juggernaut und colossus haben richtig geile synergie die synergie mit colossus und omega red kennt ihr omega red werde ich jetzt aber nicht verwenden ist auch nur rang 4 weiß gar nicht warum ich den auf rang 4 gemacht habe spiele ich nie aber ja aber auf jeden fall juggernaut und colossus haben nochmal zusammen synergien jeweils um die krit chance zu erhöhen ich weiß ich extrem nicht aber um einiges auf jeden fall und dann zusätzlich noch eine synergie ich weiß nicht was es für colossus nochmal bringt irgendwas bringt ihm auch aber für juggernaut fängt mit drei ans doppel bis an ja das ist ganz hilfreich dann hat man von anfang an unter anderem in unserem matchup wird es auf jeden fall einiges bringt hat man von anfang an software und kann dann den intercepten leicht naja auf jeden fall wir kommen hier zum ersten matchup auf jeden fall wir haben ach so noch ganz kurz wir haben weg 1 im ersten abschnitt und im zweiten abschnitt haben wir weg 9 genau wir boosten ab und ja wir haben hier glaube ich auch einige 8 oder 9 stück ich bin mir gar nicht sicher ich glaube sogar 9 stück und ja lehnt euch zurück und genießt die show denn wir haben wieder colossus time yes mein lieblings champ diese season 100% colossus wobei ich bin ein mensch ich bin ein spieler ich spiele ich gerne jedes in jedem ak dieselben champs aber ja hier auf jeden fall gegen weapon x im ersten kampf ich habe überlegt juggernaut zu benutzen wegen den region buffs zuerst aber ich habe mich dann doch später für colossus entschieden bisher läuft sie gut aber das war ehrlich gestehen das war ein matchup ich glaube ich bin da aufgewacht erst relativ früh war mein erster fight niemals mein rat an euch kämpft niemals wenn ihr gerade erst wach werdet bisher läuft ganz gut bis jetzt jetzt werden wir hittet und jetzt jetzt eigentlich haben wir nicht zu viel jetzt ist eigentlich noch alles gut aber jetzt schaut mal hier perry fehl und wieder zum glück hat er nicht so viel kritz gemacht sonst wären wir hier vielleicht fast gestorben aber ärgerlich hier potions verloren ohne sinn sk3 sogar auch noch was nicht gut ist sk2 macht viel mehr schaden und jetzt haben wir das nächste problem tag fünf regions und hier fählen wir wieder in perry und ja die regenerations buffs genau deswegen wollte ich juggernaut benutzen vor allem hätten wir dann mystic dispersion auf fünf dann kriegen wir noch zusätzlich gut kraft zwar ist unser juggernaut und dupe also und dupe aber es ist eigentlich egal ob dupe oder und dupe und ja hier aber ihr seht einfach koloss ist einfach so op wieviel arm warbs hatten wir jetzt hier am schluss nur neun stück und er macht hier eben mal mit der heavy zum schluss 60 62 tausend schaden kann man machen es kann zwei wäre auch noch ready gewesen also das war hier ein sicherer hafen aber ja wir schnacken nicht lange die fights die ersten paar fights sind nämlich nicht so interessant weil hier noch kein power back boost aktiver ja das kommt erst später ab dem vierten zeit aber die ersten drei fans auch in sich vor allem gegen spider ham danach aber jetzt erst mal zu älter hier noch mal generell zu dem knoten es ist ein global verteidiger und wenn ihr ein global angreifer hat auch gegen mich global verteidigen habe ich jetzt auch gelernt dann könnt ihr den knoten ausschalten wenn ihr mindestens ein oder zwei ich glaube zwei oder drei prowess effekte haben in dem fall wir haben wir schon 56 schon lange ausgeschaltet der knoten also masochism heißt sie kann nicht unsere debuffs schruggen und kriegt dadurch keinen regenerations buff und wird per se dadurch nicht unblockbar und ja es ist einfach nur lustig wie heavy ich weiß auch gar nicht warum wir hier nicht so hochgehalten haben ich glaube weil wir jetzt genau wir haben ja hier odin buffs auf uns die brauchen wir nämlich noch für jetzt also insgesamt drei fights einmal hier die auf weg 9 zwei fights und dann noch ein mini boss ich glaube nick fury und generell auch hilfreich diese pre fights für falls wir mal getroffen werden jetzt heilen wir uns glaube ich sogar doch weil wir hier gegen spider ham für den fall dass wir den sk2 blocken oder unblockable in die fresse kriegen dann dass wir nicht sterben davon aber unser plan war es hier soweit nur parry heavy zu machen ohne sks denn spider ham kriegt sks ich meine macht power sting bei uns und ja eigentlich wäre es noch besser gewesen hätte ich die sk1 zu machen aber auch nicht so unbedingt notwendig denn koloss ist seine heavy kann nicht seiner heavy kann nicht ausgewichten werden heißt hier ohne probleme wir können hier immer parry heavy machen und ja jetzt chillen wir hier ein bisschen und wir haben deswegen nicht vollgehalten weil wir hier durch die shock debuffs und alles uns wieder hochheilen und auch generell spider ham buffs debuffs hier zum beispiel dieser debuff ähm heilt uns auf jeden fall hoch ähm ja und ich glaube jetzt ist auch schon wieder das matchup vorbei ah ne kein schlechtes crit angie und der äh dieser debuff der auf uns war verringert unseren angriff nicht jetzt nur wegen inequity was auch sein kann sondern auch noch weil das von spider ham eine fähigkeit ist aber ja äh relativ entspannt ne und jetzt kommen wir endlich zu dem matchup was ich schon im letzten ak haben wollte ich wollte damals kolossus verwenden wurde musste professor x verwenden und am ende war es verwendung weil ich ja den adam warlock nicht machen konnte oder so nicht machen ja ich wollte ihn gar nicht machen aber ich muss hätte ihn machen sollen und dann wurde er mir geklaut toll umsonst professor x damals mitgenommen und jetzt ähm haben wir kolossus endlich da ist zwar nur rang 2 killmonger aber ja killmonger ist auch in der meta auf jeden fall der nervigste verteidiger würde ich sagen und ja auf jeden fall ähm ja ich glaube wir haben jetzt auch alle unsere boost aktiviert 200 prozent plus 12 prozent mutant und ja ähm zu dem matchup gibt es eigentlich viel zu sagen also wenn kolossus offen ist ist absolut der beste äh global angreifer ich denke mal also es wird permanent kuschala und wahrscheinlich bishop oder vielleicht sogar kolossus ich weiß nicht wer als zweites am meisten gebannt wurde das hat immer relativ variiert und achso wir haben hier noch ich will das noch schnell zeigen wir haben am anfang was getestet wir haben hier das muss ich noch mal kurz zeigen ich habe hier ein parry gemacht mit absicht ähm um zu gucken ob dieser schaden reflektiert wird und er wird leider reflektiert was sehr schade ist ich schaue ob das auch 100% reflektiert wird ähm ja es wird 100% reflektiert ähm das ist traurig das äh schränkt kolossus sehr ein in der art und weise wie wir spielen müssen ähm ja also wobei ich sagen muss wenn ich parry mache und dann heavy es removed es fällt mir jetzt als gerade ein es removed ja den parry stun und das hätte ich testen müssen aber ich habe mich nicht getraut weil wenn wir dann übertriebenen crit schaden zurückbekommen dann sterben wir vielleicht am ende noch dadurch weil kolossus seine evys machen einen richtig guten schaden aber ich denke in der theorie sollte es eigentlich klappen und hier haben wir leider sein reverb kriegen wir gut schaden zurück und machen hier die sk2 und kein einzigen crit ähm ja richtig nervig kein einzigen crit äh kein einzigen crit aber ja wir fühlen uns hier wirklich sehr ähm sicher sage ich mal ähm ja ähm jetzt machen wir nochmal die sk2 ich glaube wir haben wir gar keine geduld irgendwie wir hätten eigentlich nochmal ein paar mal seinen block hitten sollen und äh ja aber jetzt schaut euch mal das an wieder kein crit das ist doch nicht normal zweimal kein crit nicht ein einzigen crit wir haben auch kaum ammo abwaffst weil wir nicht parieren können ähm ja ich weiß auch nicht was wir hier uns gerade denken aber immer parieren wir hier ach so ich weiß warum wir jetzt hier so gespielt haben wegen seinem reverb da haben wir gerade extra abgewartet dass er die sk1 macht ich zeige euch das nochmal sehr schlau von uns fällt mir grad jetzt auf hier wir hitten extra nicht er ist die sk1 denn abhängig von der kraft von killmonger wenn es aktiviert wird tut er den schaden zurück und ihr seht nur 5 schaden haben wir 4 schaden 5 schaden haben wir pro hit zurück zurück wurde auf uns zurück geworfen somit ähm ja eigentlich relativ entspannt ne kann ich auch nur empfehlen euch gegen killmonger immer auf seine kraft achten bevor ihr ihn hittet wenn rewrap ich weiß nicht wie ich es auf deutsch heißt dieses vibranium dings wums äh das schaden zurückwirft genau und hier ähm machen wir folgendes wir ändern die meisterung die meisterung sind leider verpackt das ist auch wieder so ein punkt für sich aber ich habe hier irgendwie glück im ak ist mir aufgefallen auch nochmal im nachhinein ist mir aufgefallen äh irgendwie haben unsere meisterung trotzdem gut funktioniert und äh auf jeden fall ähm ja jetzt jaggernaut gegen den rang 2 quark auf nem knoten personal region personal äh personal space regeneration so heißt es genau heißt immer wenn wir in der nähe sind kriegt er regenerations buffs und jetzt kommt jaggernaut ins spiel wir können hier entspannt heavies machen äh ja irgendwie aber ich sag euch ehrlich ich war hier nicht im flow und hier hätte ich einfach die sk2 machen sollen es wird eh nicht viel schaden reflektiert ähm und jetzt haben wir hier das problem dass wir auf der sk3 gekommen sind und haben wir sogar noch einen finalen hit nicht gemacht das heißt unser sk3 macht 0 schaden 1% schaden wegen einem rockstack einfach nur dumm also wir haben ja echt nicht effizient gespielt und jetzt das problem war es war schwer das zu teilen mit der sk2 und seinen rockstecks deswegen machen wir jetzt hier ein paar heavies erstmal um seine regenerations buffs wir hätten ja echt ein bisschen äh langsamer spielen sollen und jetzt machen wir wieder ne diesmal nicht jetzt haben wir die sk2 nicht mal hinbekommen und ihr seht was für ein schöner schaden das ist ähm ähm ja und jetzt machen wir wieder den selben fehler wir hätten hier echt wir hatten Angst der sk1 zu baiten und das verstehe ich nicht warum ähm ich weiß nicht warum wir Angst hatten wie hätten wir die sk2 machen sollen jetzt kommen wir auf die sk3 leider also zweimal sk3 nimmt echt viel äh Zeit aber das gute ist äh er wird gesandt jetzt machen wir noch ein paar heavies oder ne nur eine wegen äh diesen regenerations buffs auf jeden Fall immer ein bisschen nervig hier zum kloten also ich kann euch empfehlen Dr. Doom und vor allem CGR sind am besten äh für den Fight und jetzt haben wir wieder drittes Mal sk3 man hat mich das genervt wir haben nur einmal geschafft die sk2 richtig zu timen der Kampf könnte hier schon lange vorbei sein können schon lange und ja jetzt langsam geht uns die Geduld äh zur Neige ich glaube jetzt machen wir mal sogar heavies in der Luft gleich äh ne wir spielen das hier noch safe runter aber er hat jetzt eh kaum noch Rockstecks und jetzt jetzt die sk2 kill ich ihn aber oder naja kein crit ah unlucky naja zwei Minuten Fight hätte die Hälfte der Zeit sein können also locker wenn nicht sogar unter einer Minute locker das Problem war nur mit den äh regenerations buffs die mir gut Kraft geben und dann die sk2 mit den Rockstecks zu timen das ist ein bisschen schwierig bisschen tricky aber ja nicht zu empfehlen ähm mit Juggernaut unbedingt hier äh Dr. Doom wie gesagt oder CGR ist auf jeden Fall besser oder wenn ihr äh Juggernaut ja auch Vault habt dann ist das wahrscheinlich auch viel einfacher ja aber äh es hat gut ins Team gepasst und ich wollte das unbedingt machen diesen Fight und ja jetzt kommen wir hier und jetzt machen wir hier einen kleinen Fehler wir haben hier vergessen die Meisterung zu wechseln wieder zurück auf eine Meisterung die viel mehr für Kolossus macht und ja äh jetzt haben wir hier den äh Kingpin und wir denken halt ja Kolossus ist op ähm 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 ja, wir überschätzen hier ein bisschen Kolossus, sag ich euch schon mal im Vorhinein, ihr werdet jetzt sehen, warum ähm, und ja, hier wollen wir seine SK1 beten, die er einfach nicht macht, und die SK2 ist scary, weil wir dann mit dem Knoten, da hatten wir jetzt keine Lust wir wollten halt so wenig Leben wie möglich hier verlieren und das ist immer manchmal das Problem, was ich hab ich immer also nicht immer, oft, ich will effizient spielen, wenig Leben verlieren um halt auch Items zu sparen und auch generell um es ungefährlich zu machen, aber dadurch so wie hier, mach ich's gefährlich und weil wir hier kein, nicht genug Crits haben ähm haben wir hier leider nicht eine zweite SK2 bekommen, sonst wäre er gestorben und jetzt schaut euch das mal an, SK3 macht kaum Schaden 20%, wir haben hier keinen SK3 Boost aktiv, aber jetzt danach, haut er uns schön in die Fresse, zwei Crits am Schluss ja, schade, bisschen Leben verloren dadurch ähm vor allem, was ich sagen muss, ich glaube wir hatten äh jetzt hat er eine Hellwee gefressen ähm wir hatten hier durch die Meisterung Limba auf 5 von 5 und wir hätten, wenn wir die Meisterung gewechselt hätten, wie wir es eigentlich vor gehabt äh, wie wir es vor hatten hätten wir Limba nur auf 2 von 5, glaube ich, gehabt ähm weil halt im Angriff braucht man das eigentlich nicht und dann hätten wir vielleicht nicht gestorben, aber hätten auch deutlich mehr Leben verloren hier gegen Kingpin, also in dem Fall war es was Gutes und wie wir, so dumm wie wir auch sind vergessen wir wieder erneut die Meisterung umzuschalten ich weiß nicht, ob wir das noch umschalten werden bis zu dem letzten Fall aber ja auf jeden Fall Regulationsbuff hier gegen Nick Fury äh äh, ich habe hier mit Absicht wieder nicht hochgehalten wie gesagt erstens Regulationsbuff und zweitens ähm wir heilen uns hier gegen den Knoten hoch gegen äh die Shop-Debuffs also ja aber ich muss ja auf jeden Fall eine Sache noch sagen also ich heile hier auch nicht so auf 100% die ganze Zeit weil wir waren hier deutlich am Gewinnen Spoiler Alert ja wir waren hier deutlich am Gewinnen ähm ja da dachte ich mir, ja komm ich sollte da jetzt aufs Übertriebenste hochheilen natürlich heile ich hoch, wenn ich unter 50% unter unter 60, unter 70% aber schau dir das mal an meine SK-2 macht viel zu viel Schaden viel zu viel Schaden da haben wir den Fehler gemacht dass wir eine SK-2 vorher äh mit der Heavy, glaube ich das war der Fehler und dann macht sie zu viel Schaden aber nachdem wir gegen Kingpin irgendwie kaum Schaden gemacht haben habe ich ein bisschen äh Sorge gehabt dass wir hier wieder dasselbe Problem haben ähm ja und jetzt spielen wir hier ähm entspannt runter SK-3 ich würde ihn auf jeden Fall wegholen und ja ähm ach apropos das war mein Kollege Burgess also Ex-Kollege ne aber ja jetzt haben wir noch zwei Fights übrig und die haben es auf jeden Fall in sich was gelbe Zahlen angeht also Kritz ja ich werde jetzt nur nichts verraten aber seid gespannt äh wir haben hier Invol Boost Aktivitacher hier Ryan Liu den habe ich jetzt nicht so gut gekannt ich glaube der konnte auch kein Englisch aber der war auch in meiner KE von daher zählt er für mich auch als Ex-Kollege und ich habe ihn auch angenehm in Erinnerung auch Skill-Mech Scooter äh Skill naja so wie die meisten Asiaten halt ne aber ja hier ich weiß nicht was hier immer ist mit dem SK-1 von Vision Arc ist gut dass er sie macht aber wir denken uns so ja braucht er doch gar nicht und jetzt langsam geht sein Power-Gain in die krasse Richtung ähm dass wir hier warum auch immer einfach mal das Risiko eingehen und die SK-2 fressen was wieder enorm dumm ist aber egal SK-2 macht gut Schaden und ja ich muss sogar jetzt tatsächlich sagen wenn ich mir jetzt die Videos angucke also das Video nachdenen unser Power-Back-Boost hat uns bisher nichts gebracht jetzt haben wir zu viel Power bekommen und gegen Nick Fury gut vielleicht hat es gegen Nick Fury doch was geholfen sonst hätten wir vielleicht zu viel Leben verloren aber ja es hat uns gegen Kingpin nichts wirklich gebracht weil wir seinen SK-3 gefressen haben und dann selber auf SK-3 gekommen sind und naja jetzt haben wir hier aus Versehen pariert am Anfang ohne in seinen Block zu hauen ähm dadurch hat er Kraft bekommen naja auch wenn wir hier Bullseye rank zwei Bullseye ähm wir haben aber nicht hochgehalten ich weiß nicht ob wir ein bisschen hochgehalten haben ich glaube gar nicht weil wir Krieg am Gewinn und ich weiß dass Kolossus hier mit einer SK-1 äh einer SK-2 hinweg holen wird jetzt habt ihr ja gerade auch gesehen der Schaden wir haben ja mit extra nicht Parry Heavy ständig gemacht sondern immer zwischendurch Parry und Light um eben den Knoten nicht zu triggern von also der Krieg der Tapferkeit also sind einmal eine Heavy zweimal und jetzt ist halt sein Block Schaden enorm hoch aber es ist egal weil wir sehen nicht mal den letzten Hit von der SK-2 ja einfach herrlich Kolossus naja oh jetzt habe ich schon pausiert man sieht hier den Endscreen aber egal äh ich habe es ja eh schon ein bisschen verraten äh wir haben den Krieg natürlich gewonnen relativ deutlich ähm ja jetzt kommt es auf den letzten Krieg drauf an am letzten Krieg ähm haben wir dann auf jeden Fall da geht es jetzt nochmal um die Wurst der läuft auch aktuell noch ich weiß kann euch leider noch nicht sagen ob wir den am Gewinn sind oder am Verlieren aber ich kann also es ist noch ich weiß es selber noch nicht es ist kurz vor Schluss und es sind noch also es ist ich sage euch es ist sehr spannend der letzte Krieg seid auf jeden Fall da gespannt sehr 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 geil wieder mit Mystic Action mit ein paar Mystic Jamps in Action wollte ich sagen ähm naja es wird sehr spannend wenn ich es kriege und es wird sehr spannend bis zum Schluss ob wir Top 10 schaffen oder nicht denn wenn wir Top 10 schaffen kriegen wir die Top 3 Belohnung und ja das war es aber eigentlich auch schon dann soweit mit dem Video ähm ich hoffe euch hat das Video wie immer gefallen falls ja lasst gerne ein Like da abonniert den Kanal um in Zukunft nichts zu verpassen und in diesem Sinne äh ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag oder eine gute Nacht je nachdem wann ihr euch das Video anschaut und ja jetzt in diesem Sinne bis zum nächsten Mal euer Para und ja bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal